Yo Leute und damit Willkommst du zu Mario Kart 460 mit dem bekloppten Flash Mit Centus, dem Drifter Leaaaaah Neee Geht es euch Geht es euch Dann ist es Behinder Och ne, wie kommst du denn da drauf? Also nicht Und da gehen die Jalousien runter Nö Du hast doch schade Du hast doch, ach so Ich soll schaden, jetzt rückst du immer so eilig Nö Du bist immer so ein Eiliger, der das gerne schnell haben möchte Ja Mario Grand Prix Select your player Ja so Ne, du brauchst ja nicht viel drücken Ich war gar nicht Special Club Warte mal Das ist Die Royale Wazeway Guck, da kommt nämlich Yoshi Das ist nämlich die Royale von Preach Hat die Fränse Von Preach ist sie Von Preach ist sie Von Preachy, Preachy, Preachy Ist ja auch Peach Schloss hinten Und dann hab ich wieder die Trage bestimmt vorhin Uuuu Sie sind es nur dasselbe Ja, außer ich nimm Bowser dann Oder Mario da kommt Hast du das gesehen wie schnell das gestartet ist? Ja irgendwie komisch Oh nein das ist Oh die Kurve Oh 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 die Kurve geht wieder ab Yeaaaah Ciao Oh voll dann hab ich den weggenatzt Bumm Bumm Boi Hallo Pichu Halt die Drecksnudel Jaaa Du kleiner hinterhältiger Ficker Klau mir das doch mal Boah ist das Leben wieder schnell Ah Volle Konzentration Oder war das früher in echt so Keine Ahnung Das ist immer random irgendwas passiert Oh Aua Oh du Arsch Boah ist das Leben schnell Oh Ah ist die verfickt schnell Ich mag die Aua Pröst Hab Götze genommen Oh ich krieg wieder gar nichts Machst du auch so langsam Jetzt immer noch hochfahren ne Das ist viel zu schnell das Level gerade hier So Du musst dich richtig konzentrieren grad Dort willst du wieder runterfliegen Und natürlich sind die Gegner noch schnell Ja Ja meins was ich vor hatte Ich hätte auch dir vorher einen reinbögen können Aber du bist vorher auch größer geworden Also ich wieder schneller Naja Hab mir auch nicht viel geholfen war fünfter Platz Was war das Oh Vario Und Yoshi hab ich erwischt Dass sie runtergefallen sind Oh sogar 3er Tottenfleisch hinterher Here we go Oh Oh Hat er gebremst Hahaha Weißt das Ja Ist klar Hast das gesehen Ist jetzt Pützlein Maurus von mir Ich ramm den und ich rutsche aus Dreckiger Jude Kennt das mit dem Oh Oh Ach wann hast du mich denn überholt Ich war da eben beim Berg Ich hab das gesehen Boom Boom Um einen wieder auf die Strecke zu bringen Das war mei noch von Anfang Ach Pieche schon wieder vorne Ach was Die alte Kunde Oh Oh das schaff ich nicht Das schaff ich nicht Tja fast zu weit gelenkt Könnte das sein Ja ich wollte mal gucken wie weit ich komm eigentlich Oh ernsthaft Ich bin ausgerutscht Wieso Da bin ich jetzt ausgerutscht Da war noch keine Banane Oh ja ist klar hast du ein item jetzt sein im besten in dem moment wo ich mich gedreht hatte ich schon er muss sich auf die strecke konzentrieren und die kommen wir nicht nach hinten schießt ja weil ich nach hinten gedrückt habe und dann nach rechts noch gebogen wie kannst du nicht nach schießen schießen die roten geht dir nicht naja probierst du beim nächsten mal aus nö ach schuppt der mich hier noch die eine abkürzung wäre ich noch ein bisschen nach links gekommen ich wäre so weit nach vorne gekommen ja habe ich auch gemacht aber ich habe zu weit doch zu weit rüber gegangen was kommt joshi joshi du bist zwischen zwei dicken eingeklemmt danke du besagt gesicht jetzt weißt du zumindest welcher platz du jetzt bist ach da ach sei doch nicht gemein da kriegst du vielleicht noch was mhm du sagst du mir das ist nicht die kürzeste schrecke ne fährst sie aber auch ja weil die andere zu schwer ist deswegen guck da kommt nicht der rest an ja da musst du nicht aufpassen hm ja joshi fällt in mich rein und direkt beide panzer zwei panzer weg ja ich wäre zufrieden die zweite die zweite hier ok wie wenn du reinkam sie ich du wieso Hey, Maru! Ich hab mich auch noch da! Hallo! Hallo, Tomate! Weil ich als vierter reingekommen bin, außer irgendeiner klemmt sich dazwischen vorne. Als vierter, wo du bist? Hä? Weil ich gesehen hab, wann der nächste Typ ins Ziel geht immer. Aha. Vorne in den Anfang rein. So kommt man runter. Ja. Was der jetzt doch ist. Hey, nein! Maru, schau, ich hab mich vor reingedrückt. Maru hat mich direkt reingedrückt. Hast du das gesehen? Ja. Oh, ich rumpf trotzdem. Maru hat mich direkt in mein Pencil... Egal! Bei davor, ich hab Maru gerade plattgemacht. Ja, du hast ihn plattgemacht, aber der ist wieder vorne. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Oh, ey. Arschloch. Ja, Pitche. Ja, Pitche. Ist klar. Jaaa. Wer war das? Sorry. Mario. Und Mario meine Schildkürte gefressen hat. Warte, jetzt pass auf. Plupp. Erster. Erster. Beziehung zweiter müsste ich sein. Einer muss vor mir sein. Jaaa, Pitche. Ja, ich überhole mich doch mal. Ist klar. Ja, Pitche. Ja, Pitche. Hier, wir gehen. 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 Ah, was macht der denn da? Was macht der denn da? Eidhaut. wahrscheinlich letzter jetzt oder vorletzte ja direkt gegen die band gegen dafür konnte ich nichts dass du dritter bist ich kann nur nicht so viel dass der panzer nicht kriegt ich war nicht der zweiter klar wer vor mir ist die beiden affen vorsicht dass ich nicht warum bin ich die holen einen auch immer direkt ein ist in vorne zweiter erster zweiter mario das ganze abend checken wann du immer welcher bist so im mittelteil wie siehst du es nicht aber am ende da musst du darauf achten wer sich wann wo dreht ich war schnell raus interessiert mich doch gar nicht wird das nur hinter mir bringen hinter mich bringt die strecken sie geil ich mag das eigentlich aber diese eine komische zick zack kurve da die nicht eingezäunt ist was ist mit ihm denn los was fackelt er mich so an mit der ziel flagge ja das ganze machen Boah, was war das denn? Weiß ich nicht. Hast du das gesehen? Ich hab das gesehen. Ich achte selber auf meine Spur gerade. Mit der Dranke, dass du das gesehen hast. Ich könnte einfach hier... Das hatte ich auch schon mal. Ich weiß nicht vorher. Ich hab mir in die Wand gedrückt und du rutsch mit einmal aus. Ja ne, ist klar. Asoziales Spiel. Also und das hier war früher auch nicht. Also in den späteren Teilen hast du deine Panzer auch nicht mehr. Asoziales Spiel, ehrlich. Normalerweise muss ich leise sein. Warum? Weil du irgendwann mal mitgegangen hast. War ja von Space Pan. Lachen oder? Ey. Shit. Ja, jetzt hast du gleich alles hinter dir gebracht. Hä? Hast du da alles hier hinter dir gebracht? Hm. Nee, auch nicht. Guck mal, wie ich fahr. Wie ein Behinder der dich nicht holt. Aber das Level aber nur kacke jetzt. Och, du Panzer ist immer noch richtig gegen gefahren. Und tschüss. Gut. Sorry, da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, das sagen sie alle. Ich warte immer bis du in der Gradkurve bist. Du bist ja schick. Mach doch nicht. Ja. Dem ja, das ist Strafe. Das ist, das ist Gerechtigkeit. Und dann ist der Instant-Player viel schneller, ne? Ich mein jetzt nicht wegen dem Blut. Der wird groß und dann ist er Instant-Player richtig schnell. Spack. Warte! 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 Pfuuuuh! Ja. Ich... Ich... Nicht meine Runde. Ey, das Spiel ist grad richtig funny. Ich hab in einem Boden rumgegutscht. Here we go! Wie kriegt ihr E-Seiten was im Endeffekt? Na dann hab ich mich gefühlt. Aber diese Bugs-Karte ist heftig. Das Spiel wird uns nicht gewinnen lassen. Jetzt war da ein Sprungler. Oh, das ist erschienen. Das ist erschienen. Und vor allem wenn du das Lichtschild hast, dann tust du alle mit dem Panzer. Ja, ich achte gerade darauf, dass ich irgendwie links vor Westen runterfalle. Ja. Ich hab's dir ja gesagt. Schon wieder? Ja. Wenn die außer sich fällt, dann kriegst du echt alle damit. Ach komm. Hier. Ja, noch ein. Ist doch gut für uns eigentlich, wenn du da mal ordentlich fahren würdest. Wie, der guckt dir mal den riesen Abstand an? Ja. Das ist, weil ich nur einmal diesen Kack-Rutscher hatte da. Scheiß Blitzer. Jaaaa. Jaaaa. Gingeglitt. Es ist klar. Seitdem bin ich nur noch einmal hier runtergefallen. Ich krieg auch rote Panzer, die ich gar nicht benutzen kann auf dieser Strecke. Jaaaa. Ich fahre oder geh? Jaaaa. Superaaa. Geh auch noch kaputt, du Scheißding. Warum kann man eigentlich nicht hier lang fahren? Ach, weil hier so ein Scheiß Loch ist. Tschüss. Könnte da nicht wenigstens ne kleine Ecke machen können, wo man hätte lang fahren können? Jetzt muss ich die ganze Strecke noch fahren. Ne, ich muss nicht zwischendurch noch abbringen. Ne. Ich glaub, der lässt mich durchfahren. Nerfiges Spiel. Nerfiges Strecke. Jaaaa. Geh wieder kaputt. Du meinst nerfige Strecke? Jaaaa. Superaaa. Super, jetzt krieg ich alles was ich hätte brauchen können. Rote Panzer, die machen auf dem achten Platz noch was aus. Jaaaa. 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 Jaaaa.